Wir sind jetzt im Herz von den Märkten von der Altstadt. In diese Richtung geht es zum Damaskustor, der so weltberühmt ist als schönste den Toren von der Altstadt. Die andere Richtung geht es herüber, Richtung vom jüdischen Viertel, aber wir werden es laufen, um zur Grabeskirche zu kommen. Untertitelung des ZDF, 2020